Jetzt hat nur der gestorben ist es schon. Ich habe immer noch geregnet, dass wir in der Klesien stattfinden. Ja hier, bei der Kirche Wernstegreißen, das ist der Klesienkommunist, der vereidigt worden ist. Ich habe jetzt auch sofort, hat sie uns gekommen? Weiß man auf Wernstegreiß? Ja, Eichinger, genau. Da waren wir in der Deutschen Müllwahr dahinten. Aber der Deutschen Müllwahr ist auch hier zum Kassen.